222,5 220 Kilo 222,5 125 Kilo 3,2,1,E Hopp, hopp, alleine 6,6,6,7,0 8 x 60, 480 Kilo ausgedrückt. So, das ist 190 Kilo. So eine Mandale. Boah, ich dachte, da war wirklich mein Liebeses drin. Wo, oder? Komm, den Link noch. 2,20. Ich dachte, das ist mein Wettbewerb der Wettbewerb. Der Dicke drungen Schrein. Ja! 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 Das ist Kalin mit sehr, sehr schweren Gewichten. Äh, ja! 담! ÄH! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schönes Gesicht. Und das war Kalim mit seinen Tyrannosaurus-Wag-Schultern. Was sagen Sie dazu? Oh. Ich weiß nicht, in der Tiefe weiß ich nichts. 170. Ging's? Aber schwer. Nee, Ulle. Das stört alles. Nee, ich konnte es mir. 200 Kilo. Der zweite war gut, aber der erste weiß ich nicht, habe ich auch gesehen. Das müsste ich jetzt auch noch machen. 230. Ja, ich habe Schiss. Ich habe hier ein bisschen. Erstmal gar nichts machen, Albers, ne? Ja, nur wenn ich fertig bin und wieder reinhören. Das ist bei 130. Ja, let's go! Ja, ich habe keine Fender. Tristan, 210 Kilo. Ich bin jetzt auf der Mitte. Ich muss mal sagen, ich weiß nicht, weil ich nicht schaffe, dein Kalt zu leben. Aber immer in ein Kalt. Wie immer du oder so. Immer in einem Kalt mit du lebst. Das ist nichts zu doll. Brauchst du ja kaum. Das schafft der. Normalerweise darfst du sagen, Ich brauche die Beine. Willst du kommen? Bleib stehen, bleib stehen. Okay. Und jetzt beuge. Hopp! Okay, gut, gut. Ja, das war's gut, okay. Du darfst aber nichts sparen, ne? Sebastian 130. Bei dir auch. Was? Was ist das? 170. 15 innen, 25. Okay, 170 now for Fista und Gianni. Und Echen war sie für die Steigerung. Deutschland, Germany, 180 Kilo. Bei mir rauskannen! tweeting Antes Guchtel Erschmerzen Rachel Schuss! Schuss! Locker! Schuss! 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 Okay, das war's wirklich! Sebastian Eschenland, die zu uns von 190 kilos! Bar is loading! Bar is loading! Schuss! Skiss! Skiss! Schuss! Schuss! Yep! Schuss! 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 Der ist ein Wettbewerb. Ich bin Christian Eschenasi in Deutschland und hier sind Gianni und Svetterna. Okay, das war ein guter Liff. 110. Ich bin Christian Eschenasi. Okay, das ist richtig. 110. 11. 122. 16. 1-2. 122. Das war Sebastian Leschnasi. Das ist ein Rund-Regul-Attempt. 150 Kilo. Vielen Dank. Okay, wir kommen in den U.S. note den Rund-Report. Qualcabulation. 120 Kilo.